Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Luigi and the Island of Mystery. Ich wollte ja eigentlich hier das letzte Mal in der Wüste weitermachen, aber irgendwie interessiert es mich noch, wo der Weg hier hinführt. Also der, wo quasi am Anfang gleich links war. Irgendwo muss es da ja hingehen. Die Frage ist natürlich nur wo. Weil ich hab mir auch mal so überlegt, vielleicht geht es da oben ja doch zum Switch. Ich hab keine Ahnung. Und wir gucken uns Green Valley einfach mal an. So, was hätten wir denn hier? You have to duck to pick vegetables and lift Paublocks when you pick. Also you shouldn't kill Birdo. Birdo? This one's your friend. Dann bin ich ja mal gespannt, ob Birdo wirklich mein Friend ist. Aha. Also ich kann hier quasi, ne, Gemüse aufheben. Äh, ich würd da gern hoch. Komm ich aber nicht. Was ist eigentlich hier drin? Nix. Ne Reset Tür. Hurra. Ah, und das? Alles für die Yoshi-Con und ein extra Leben. Selbst date. Ah, wo komm ich hier raus? So, komm. Birdo, ich dachte, du bist mein Freund. Zack. Ach, Moment. Das ist ja der Pau-Block. Für was brauche ich den denn? Hier vielleicht? Hm. Wuh. Safe state. Ach, du Schande. Die Musik kommt mir irgendwoher bekannt vor. Na, klasse. Ach, da kann man ja von unten durchspringen. Woher kenne ich die Musik? Musik. Musik. So, hier lang. Hier hoch. Na, geh doch. Woher. Ne, ich möchte endlich mal so ein bisschen Power-Ups behalten, ne. Äh, ich sollte vielleicht hier durch in die Tür. So, einmal hier nach oben. Ne. Ich bin ja sowieso mal gespannt, wann ich wieder volles Leben hab. Das hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt. Wow. Ey. Immer ruhig hier, ne? Wir wollen es nicht übertreiben. Na, klar. So, einmal hier hoch. Safe state. Einmal über die Wolken. Und ab in die Tür. Wo auch immer diese mich hinbringt, ach, ins Ziel. So. Ich habe gesagt, ich werde einfach so durch das Ziel durchlaufen, ohne die Bonus-Games mitzunehmen. Denn, wie gesagt, durch die Safe States, wir brauchen sie nicht. Und von daher, kostet mich das nur immer wertvolle Zeit. So, welches Level kommt denn jetzt? Cookie Mountner. Safe state. Okay. Dem, 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 dem. Okay. Nö, 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 nö. So, okay. Da geht's nicht lang. Ich sollte mir die vielleicht mitnehmen. Ich sollte mir die vielleicht mitnehmen. So. Was war da oben? Auch nur eine Schei? Wow. Nicht runterfallen. Na klar, der wirft mit Pokéballen. Das sehe ich jetzt erst. Oh, nö, 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 nö. So nicht du. Ah, ha. Komm weg mit dir. So. Äh, nein, Hammerbruder. Geh weg. Nö, ich würde doch gerne die Feder behalten. Nein. Ich würde die Feder gerne behalten. So. So, geht doch. Wird mir denn jetzt gleich wieder die Zeit zu knapp? Kann das sein? Aber ich glaube, ja. Hier in die Röhre. Zack. So, und dieses Geisterschloss hat ja, so wie es aussieht, zwei Ausgänge. Safe State. Point of Advice. Level Swiss, äh, äh, wie heißt das Ausrufezeichen nochmal? Mit einem Ausrufezeichen. Ich kann ja das eigentlich gleich mal übersetzen. Level mit einem Ausrufezeichen im Titel haben ein, äh, verstecktes, auf einem versteckten Ausgang in Secret Exit eben. Und Level mit so einer Yoshi-Tatze im Titel haben ein Extraherz. Ach, das ist ja mal gut zu wissen. Also, das ist quasi so ein Extraherz, was wir schon mal eingesammelt haben. Äh, ach komm, machen wir, machen wir das Ganze so. Geht's hier rein? Nein. Die Frage ist natürlich, äh, wo versteckt sich denn das Secret Exit mal wieder? Wow. Oh, nein, äh, ich glaube, ich könnte die Feder hier noch gebrauchen. So. Weg damit. Ist das vielleicht hier irgendwo oben? Okay, hier zumindest schon mal nicht. Wow. So, wartet mal. Weg mit dir. Safe State. Oh, nee, es ist dunkel. Licht bitte. Ähm. Heiß, 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 heiß. Moment mal, eigentlich müsste ich doch da stehen bleiben können. Komm, schieß mal nochmal. Dann einmal hier runter. Und jetzt drüber. Äh, die Frage ist, geht's hier in der Röhre irgendwo weiter? Ich save's mal hier. Nö. Hätte ja sein können. Ich brauche ja irgendwo einen Schlüssel. Oder vielleicht geht das auch ohne Schlüssel. Moment. Eine Blume. Nö. Nö. So, geht's hier rein? Nein. Boah, der war knapp. Okay, zumindest schon mal ein P-Switch. Ich trödel hier wahrscheinlich schon wieder viel zu viel rum. Äh, was hätten wir da unten? Irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Noch ein P-Switch. Okay. Ähm, hallo? Double Grab? So. Ich kriege ihn wieder nicht hin. Jetzt aber. Save's dead. Und ich vermute mal. Also, den einen werde ich hier brauchen. So. Den mal mitnehmen. Und hier rein. Okay. Da konnte ich den P-Switch sowieso nicht mitnehmen. Boah. Was ist das denn? Und ich hätte hier vielleicht nicht safen sollen. Du gehst mal sterben. Ach, das... Ja. Moment mal. Gibt's hier irgendwo... ...nen Cooper oder so? Ich bräuchte einen Cooper. Und ich bräuchte schon einen Mob, auf den ich hier draufspiele. ...bringen kann. Dankeschön. Ähm. Nee. Das einzigste... Uah. Ich brauche ein neues Gamepad. Die Taste hängt. Ähm. Moment. Nein. Oh Gott. Hör doch auf. Luigi dreht sich von alleine. So. Und jetzt laufen wir hier hin. Geht doch. Oh, diese Taste. So. Leben Nummer 5 oder Herz Nummer 5. Da. Nein. Noch ein Stück. Safe State. Also so falsch kann dieser Weg schon mal nicht gewesen sein. Nö, nö. Du, du gibst mal Ruhe hier. Hier hoch. Hier hoch. Safe State. Rein da. So. Ich brauche wieder ein bisschen Licht. Aber so wirklich das Secret Exit war das noch nicht. Was hätten wir denn hier unten, ne? Den Tod. So. Safe State. Okay. Ich gehe einfach mal hier rein. Ich gucke mal. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich sowieso für manche Sachen, äh, wieder nachsehen darf. Wo was ist. So. Wo geht's denn hin? Ich vermute mal hier lang. Hier geht's nicht rein. Nicht so weit. Wow. Oh. Oh mein, mein Gamepad. Mein Gamepad. Machen wir das Ganze eben so. Oder stürzen wir uns in den Tod. Das müsste doch eigentlich von der Zeit her gehen. So, ist hier was? Nee. Wo denn jetzt hin? Hallo? Und irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Und ich habe keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Bin ich hier in einem falschen Weg gelaufen? Irgendwie geht's hier nicht weiter. Bin ich irgendwo falsch abgebogen oder so? Ach ja. Okay. Von da wäre ich gekommen. Oh Mann. Wow, das ist, das ist im Moment gerade echt schlimm. Ich hoffe, euch geht das einigermaßen. 70 Sekunden noch. So, hier nach unten. Und was ist hier unten? Ach so. Okay. Okay, das ist zumindest. Ist das das normale oder das secret exit? Das ist natürlich jetzt, äh, ja, ne? Eine gute Frage. Sieht mir aber fast so aus, wie wenn es das normale gewesen wäre. So. Wir safen hier mal. Und ich würde hier auch den Part beenden. Und würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge von Luigi and the Island of Mystery.